Also, dieses wunderschöne Essen, was wir heute essen, hat eine von den Mädels für uns gekocht, die in einem Restaurant arbeitet. Irgendwas Rumänisches, ich kann euch nicht sagen. Schmeckt sehr lecker. Wir sind heute dran mit Kochen. Hier ist es so, dass wir uns abwechseln. Die Rumänen haben die ganze Zeit für uns gekocht und jetzt kochen wir einen Tag für unsere Gastgeber. Wir haben gesagt, wir machen schon die Konkana. Sieht gut aus. Bis zum nächsten Mal.